Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Neben den Joker News gibt es hier jetzt auf dem Joker Kanal auch Joker Plus, wo ich euch ein bisschen mehr zu Apple und Technik berichte. Unter anderem jetzt iOS 17. Wir gehen das Ganze detailliert durch. Was gibt es Neues in iOS 17? Die erste Beta für Entwickler ist jetzt rausgekommen. Die schauen wir uns jetzt zusammen an. Viel Spaß! Das Wichtigste zuerst Kompatibilität. iOS 17 ist kompatibel ab dem iPhone SE 2 bzw. iPhone XR aufwärts. Das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone 10 sind leider rausgeflogen im Vergleich zu iOS 16. Was wir haben ist die erste Beta und zwar die Entwickler Beta. Die ruckelt noch ordentlich, hat noch nicht alle Funktionen. Die öffentliche Beta, die startet dann im Juli und Ende September, denke ich, ist es dann soweit und wir sehen dann die finale Version von iOS 17 mit den neuen iPhones. Fangen wir mit dem Sperrbildschirm an. Den kann man ja seit iOS 16 selbst konfigurieren und jetzt sind wieder neue Hintergründe dazu gekommen. Wir haben jetzt neue Planeten, die wir auswählen können, Kaleidoskope und natürlich auch das iOS 17 Wallpaper. Da kann man übrigens jetzt unten rechts, wenn man einfach drauf tippt, zwischen hell und dunkel auswählen und entsprechend entscheiden, will man den Dark Mode oder will man den helleren Mode. Was man leider noch nicht kann, was vielleicht dann nächstes Jahr kommen wird, ist, dass man die Schriftgröße verändern kann. Jetzt kann man erstmal die Schriftdicke verändern. Wie dick soll die Uhrzeit sein? Ich habe bei uns im Laden ganz oft mit Kunden immer wieder Beschwerden gehabt, dass sie zu mir gesagt haben, hey, die Schrift ist ja riesig, ich bin doch nicht blind Joel, kannst du die Uhrzeit bitte wieder kleiner machen? Nein, bisher ist das leider noch nicht möglich. Ich glaube, über diese Funktionen werden sich sehr, sehr viele freuen und zwar gibt es jetzt endlich interaktive Widgets. Man kann direkt im Widget Musik starten oder eine Erinnerung als erledigt markieren und es gibt jetzt auch ein Home Widget, wo man Lampen aus- und einschalten kann. Die Spotlight-Suche soll besser geworden sein und soll jetzt Aktionen auch innerhalb einer App anzeigen. Hier bei Fotos sollte sie eigentlich auch anbieten, zum Beispiel Alben zu öffnen, aber es ist die Beta 1 und da funktioniert das leider noch nicht. Was sich entgegen vieler Gerüchte nicht geändert hat, ist das Kontrollzentrum. Aber wenn wir hier mal auf den Timer tippen und ihn starten, sehen wir eine deutliche Veränderung. Es ist jetzt nämlich endlich möglich, mehrere Timer gleichzeitig laufen zu lassen. Eine neue Funktion, die von Apple vorgestellt wurde, ist Kontaktposter. Damit erstellt ihr euch sozusagen ein Profil, was dem anderen angezeigt wird, wenn ihr beispielsweise anruft. Praxis sieht es so aus, dass man die Telefon-App öffnet und auf seine eigene Karte tippt und da auf Kontaktfoto und Poster. Da kann man dann einen eigenen Namen eingeben, kann festlegen, ob das Poster geteilt werden soll und wenn ja, ob es sich selbst bei Änderung für die eigenen Kontakte updaten soll oder erst nachgefragt werden soll. Ich finde, man sieht hier auf jeden Fall viel Ähnlichkeit mit dem Sperrbildschirm und man kann das Poster mit Bildern, Animojis, Schrift und Farbe personalisieren und ein entsprechendes Kontaktfoto festlegen. Im Übrigen kann man das nicht nur für seinen eigenen Kontakt machen, sondern auch für alle Kontakte, mit denen man viel zu tun hat. Man kann grundsätzlich sagen, das Telefon-UI hat sich an verschiedenen Stellen ein bisschen verändert und angepasst. Apropos Telefon, wenn man bei FaceTime niemanden erreicht, bekommt man jetzt die Möglichkeit, eine Videonachricht zu hinterlassen. Hier in der Beta 1 geht das leider auch noch nicht, weil beide müssen auf iOS 17 sein. Was FaceTime angeht, gibt es jetzt die Möglichkeit, mit Gesten Animationen auszulösen, beispielsweise mit einem Herz, werden Herzen drüber geschickt. Oder wenn man den Daumen hoch macht, kommt ein Feuerwerk. Was sonst noch möglich ist, werden wir auf jeden Fall in den nächsten Betas herausfinden. Die Kontaktpuster, über die wir eben schon gesprochen haben, werden übrigens auch für NameDrop eingesetzt. NameDrop ist die Möglichkeit, dass zwei Personen mit ihrem Handy Informationen austauschen können, ohne dass man die Telefonnummer abtippen muss oder den anderen fragen muss, wie ist denn deine E-Mail-Adresse und dann verschreibt man sich beispielsweise. Man hält hier einfach die iPhones aneinander und dann wird die schöne Kontaktkarte angezeigt. Man kann entscheiden, welche Daten ausgetauscht werden und schon landet die Kontaktkarte auf dem iPhone des anderen. Mit der gleichen Geste, wo man Kontaktposter bzw. Kontakte austauschen kann, kann man im Übrigen auch Airdrop initiieren oder Shareplay. Später im Jahr kommt dann noch eine weitere Funktion dazu. Wenn ihr Fotos beispielsweise per Airdrop übertragt und geht auseinander, dann wird ja Airdrop in der Regel abgebrochen. In der Zukunft soll es dann so sein, dass die Fotos übers Internet doch noch bei dem anderen abgespeichert werden. Auch Airplay bekommt ein kleines Update und zwar werden ausgewählte Hotels Airplay zur Verfügung stellen, ohne dass man ein Apple TV braucht. Man kann einfach sein iPhone nehmen und dann Fernsehsendungen bzw. Filme auf den Fernseher im Hotel übertragen. Und Airplay wird ein bisschen intelligenter, das heißt, wenn ihr immer wieder auf einem bestimmten HomePod Musik abspielt, dann schlägt euch Airplay das in Zukunft vor. Auch die Nachrichten Airplay hat viele neue Funktionen, nicht alle, die wir uns wünschen, aber ein paar. So ist die Suche besser geworden. Es gibt jetzt Suchfilter und man hat einen sogenannten Catch-Up-Button. Wenn sehr, sehr viele Nachrichten reingekommen sind, kann man dann zu dieser letzten springen, die man gelesen hat. Hier in der Beta lief das noch nicht so, aber es waren auch nicht genug Nachrichten da. Wir werden das auf jeden Fall immer wieder mal testen. Was auch noch nicht zu gehen scheint, ist, dass ein Feature bei den Sprachnachrichten, und zwar, dass diese transkripiert werden, damit man sie nicht unbedingt anhören muss. Die Funktion, beispielsweise Sprachnachrichten schneller abzuspielen, gibt es leider auch noch nicht. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Dafür kann man jetzt schneller auf Nachrichten antworten. Das ist doch schon mal was. Man wischt hier einfach von links nach rechts und kann sofort auf die Nachricht antworten. Auch neu ist auch eine sehr coole Funktion, die ein bisschen mit Wo ist zusammenhängt, und zwar Wegbegleitung. Die könnt ihr ganz einfach starten, um jemanden, der nach Hause geht, von euch sicher zu begleiten. Und zwar in Form einer Standortverfolgung. Die Wegbegleitung lässt sich starten, wenn man auf das Plus geht in der Nachrichten-App, dann auf mehr und dann auf Wegbegleitung. Jetzt kann man diese abschicken und dann protokolliert diese Funktion den Standort, als auch wie voll die Batterie ist und auch wenn derjenige in seinem Zuhause angekommen ist, wenn das iPhone sich im WLAN beispielsweise eingeloggt hat. Sollte basierend auf der Route derjenige nicht rechtzeitig ankommen, wird man entsprechend informiert. Sehr, sehr verspielt geht es weiter mit der Sticker-Funktion. Die könnt ihr mit Plus hinzufügen und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sticker hinzuzufügen. Entweder nimmt man aus den bestehenden Sticker oder Emojis und zieht diese dann einfach auf Nachrichten. Die können irgendwo gedroppt werden und sitzen dann an dieser Stelle, bis man sich einen neuen Sticker sucht oder auch eigene Sticker anlegt. Hier könnt ihr wirklich alles verwenden, was es gibt. Das Spiegelei habe ich extra für euch ausgesucht. Das kann ich als Sticker verwenden, hinzufügen und ziehe es dann ähnlich wie auch eben auf die Nachricht drauf. Man hat noch hier ein bisschen grafische Möglichkeiten, das Ganze aufzubereiten und kann das dann einfach auf ein Foto oder auch Text droppen. Bei eigenen Live-Fotos wird es dann noch ein bisschen sweeter, muss ich sagen. Das ist schon sehr, sehr cool und zwar, wenn ihr Live-Fotos habt, wie hier zum Beispiel von Ginger, die natürlich sich bewegt in dem Live-Foto, dann kann ich da drauf tippen und kann dort über das Menü sagen Sticker hinzufügen. Und jetzt seht ihr, wenn dieser Sticker angetippt wird, dass ihr einen Effekt hinzufügen könnt. Wenn wir das machen, dann ist oben links die Möglichkeit auf Live zu stellen und dann bewegt sich der Sticker bzw. Ginger und wir können diese dann in einer Nachricht verwenden. Die Haustiererkennung soll auch verbessert worden sein. Ihr seht jetzt unten dieses kleine Hundesymbol, dann kann man nachschlagen. Man kann aber auch einfach auf den Hund draufdrücken und dann nachschlagen. Ihr seht aber hier bei Ginger, dass das nicht wirklich hinhaut. Soll er besser sein, funktioniert auch bei Video. Da kann man auch einfach draufdrücken und nachschlagen. Und man bekommt hier ein anderes Ergebnis, wie ihr seht. Weil diese Funktion so gut geworden ist, sind jetzt Personen und Haustiere in einem Album verwaltet. Für alle Freunde, die gerne mal ihr Essen fotografieren, so soll es in Zukunft auch passieren, dass ihr dann Rezeptvorschläge bekommt von dem, was ihr fotografiert habt. Wir haben es getestet. Leider ist es bei uns noch nicht passiert, aber in Zukunft wird das sicherlich möglich sein. Sind ja noch einige Updates, bis dann die finale Version von iOS 17 rauskommt. Noch eine kleine Funktion in Fotos. Wenn man reinzoomt, kommt oben ein Zuschneiden-Button, mit dem man das Bild so zuschneiden kann, wie man reingezoomt hat. Sehr, sehr coole Funktion. Bestimmt extrem nützlich, wenn man immer mal wieder Fotos macht. Die Kamera-App hat jetzt auch eine neue Funktion bekommen, und zwar eine Wasserwaage, sodass man das Bild perfekt ausrichten kann. Die Gesundheits-App, die Health-App hat auch ein leicht neues Design, immer noch sehr reduziert. Gibt es jetzt hier neue Bereiche für das seelische Wohlbefinden, beziehungsweise den Gemütszustand. Das Ganze funktioniert so, dass man hier zum Beispiel auf Gemütszustand geht. Dann kann man auf Los geht's tippen und dann entscheiden, ob man das aktuelle Gefühl beschreiben will oder das generelle Gefühl für den ganzen Tag. Hier stellt man dann quasi ein, fühlt man sich gut oder sehr gut und kann dann entsprechend auf Weiter gehen. Hier kann man nochmal ein bisschen das Gefühl beschreiben. Ist man aufgeregt, ausgeglichen, dankbar, freudig und tippt dann wiederum auf Weiter und kann dann nochmal beschreiben, was die größte Auswirkung hat. Hier hat man die Möglichkeit, sich nochmal erinnern zu lassen, das wiederzutun und dann wird es in der Health-App abgespeichert. Im Laufe der Zeit wird einem angezeigt, welche Lifestyle-Faktoren das Wohlbefinden positiv beeinflussen, wie Schlaf oder Sport. Auch hat man jetzt die Möglichkeit, in der Gesundheits-App einen Test zu machen, um das Depressions- bzw. Angstrisiko einschätzen zu lassen. Dort werden einem verschiedene Fragen gestellt, die dann in der Gesundheits-App protokolliert werden und wo man einen guten Überblick bekommt, ob man über einen längeren Zeitraum vielleicht nicht so gut drauf ist, einen viel belastet und man dann entsprechende Unternehmungen machen kann, zum Arzt zu gehen bzw. sich Hilfe zu holen. Eine weitere Gesundheitsfunktion, die es auch in der Health-App gibt und die über die Einstellungen getrackt werden kann, ist die Bildschirmentfernung. Bei Kindern macht das natürlich Sinn, wenn man zu sehr vor dem Bildschirm klebt, zu nah dran ist. Dafür wird die True-Depth-Kamera genutzt, um zu tracken und zu warnen, wenn das Kind oder der Jugendliche oder auch der Erwachsene zu nah am Bildschirm klebt, wo es möglicherweise für die Augen schädlich sein kann. Auch wird in der Health-App die Zeit getrackt, wie viel Tageslicht ihr abbekommen habt. Das wird über die Apple Watch gemessen. Eine App, die wir ja auch schon in den Gerüchten immer wieder hatten, ist die Journaling-App von Apple. Ist in dieser Beta noch nicht vorhanden, ist so eine Tagebuch-App. Soll so funktionieren, dass intelligent aus den Aktivitäten, die man am Tag so vollbringt, Workouts, Musik hören, der Standort, wo man sich befindet, die Möglichkeit gegeben werden, sich dazu Notizen zu machen oder einen Eintrag. Und die Autokorrektur soll von Apple stark verbessert worden sein. Nach der Korrektur bleibt das Wort unterstrichen, sodass man es rückgängig machen kann. Eigentlich sollen hier auch ganze Sätze und Wörter vorgeschlagen werden, ist im Test aber noch nicht wirklich möglich in dieser Beta 1. Auch das Siktieren soll besser funktionieren, hat hier aber auch noch nicht wunderbar geklappt. Müssen wir noch warten, bis die nächsten Betas rauskommen. Sehr, sehr schöne Funktion, die auch vorgestellt wurde. Die Möglichkeit, wenn man im Auto zusammen mit seinen Freunden unterwegs ist, über SharePlay Musik zu hören. Später im Laufe des Jahres sollen dann auch noch gemeinsame Playlists dazukommen. Auch Safari hat einige neue Funktionen bekommen, ist jetzt besser und auch schneller. Und man kann sich auch Informationen ganz schnell anzeigen lassen, wie zum Beispiel hier Champions League Finale. Dann sieht man direkt oben, wie es steht, ohne irgendeine Seite aufrufen zu müssen. Ähnlich wie bei den Fotos sind jetzt auch private Tabs geschützt, und zwar per Face ID. Das heißt, man kann nicht einfach reingehen und sehen, welche privaten Tabs hat der Kollege benutzt, sondern diese müssen per Face ID bzw. Code entsperrt werden. In den Einstellungen unter Safari hat man jetzt die Möglichkeit, verschiedene Profile anzulegen, zum Beispiel für die Arbeit oder persönlich. Und da kann man zum einen dann verschiedene Verläufe haben, verschiedene Erweiterungen nutzen, aber auch verschiedene Tab-Gruppen. Die Cookies sind getrennt und auch die Favoriten lassen sich getrennt aufteilen, ob Privat, Arbeit oder Hobby. Hat man das nun in den Einstellungen eingestellt, kann man im Safari unten in der Mitte zwischen diesen verschiedenen Profilen ganz einfach hin und her wechseln. Auch sehr, sehr cool ist der Autofill, der bei Zwei-Faktor ja schon mit Nachrichten funktioniert. Der funktioniert jetzt auch, wenn eine Zwei-Faktor per Mail reinkommt. Das heißt, man muss dann nicht erst in die Mail reingehen, da die Zwei-Faktor rauskopieren und dann einfügen oder sich merken, sondern das Ganze wird ähnlich wie bei Nachrichten automatisch ausgefüllt. Zumindest so in der Theorie, Passwörter lassen sich jetzt auch teilen. Der iCloud-Schlüsselbund wird immer größer, ist noch nicht da, wo 1Password ist, aber es kommen immer wieder neue Funktionen dazu und sicherlich wird irgendwann 1Password-Konkurrenz gemacht. In den Privatsphäre-Einstellungen hat man jetzt die Möglichkeit, sich warnen zu lassen bei sensiblen Inhalten. Wenn einem etwas zugeschickt wird, beispielsweise ein Nacktfoto, dann kann man sich vorher warnen lassen, bevor man sich dieses anschaut. Das kann in den Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Bildschirmzeit hat auch einen neuen Bereich bekommen, und zwar in der Kommunikationssicherheit in Nachrichten. Diese erkennt jetzt Nacktbilder vorm Senden oder Empfangen und versucht zu helfen, sichere Entscheidungen zu treffen. Das ist logischerweise für Kinder bzw. Jugendliche gedacht, um diese vor solchen zu schützen. Wir hatten es ja auch schon in den Gerüchten, in den Bedienungshilfen gibt es jetzt die Möglichkeit, seine eigene Stimme anzulegen, um diese zu verwenden, wenn man seine Stimme verlieren sollte. Und zwar kann man dort einfach gerätübergreifend zum Beispiel eine eigene Stimme erstellen. Dort wird man dann aufgefordert, verschiedene Sätze einzusprechen, bis genug vorhanden ist, dass die eigene Stimme ersetzt werden kann. Dafür liest man die Sätze vor, die Apple dort einblendet, Stück für Stück. Und man sollte sich dafür auf jeden Fall Zeit nehmen, damit das Ganze in Ruhe angelegt werden kann und die eigene Stimme dann in den Bedienungshilfen gespeichert ist, für den Fall, dass man wirklich seine Stimme verlieren sollte. Eine sehr, sehr gute Funktion im Bereich Bedienungshilfen hat Apple sowieso, finde ich, überall die Nase sehr weit vorne im Vergleich zur Konkurrenz. Auch ein neuer Bereich in den Bedienungshilfen ist die Möglichkeit, einen unterstützten Zugriff einzurichten. Hier werden Apps einfacher, größer und zum Teil auch mit weniger Funktionen angezeigt. Dafür ist es aber für viele dann einfacher, das iPhone zu nutzen, mit seinem vielen Text, vielen Buttons etc. Ihr seht, hier hat man eine Zeilen-Anzeigen-Möglichkeit bzw. Raster-Anzeigen-Möglichkeit und kann dann die Apps auswählen, die derzeit für den unterstützten Zugriff optimiert sind. Hier seht ihr auch, wie man das Ganze konfigurieren kann und wie es dann am Ende aussieht. Wir können die Kamera ja auch nochmal hinzufügen und die Funktionen dort reinpacken, die wir haben wollen. Nicht jeder braucht logischerweise alle neuesten Funktionen, die es so gibt und so hat man da eine einfache Anwendungsmöglichkeit für diese Apps. Auch die Lupe hat neue Funktionen bekommen. Da können wir gleich mal reinschauen. Wenn man dort in die Einstellungen geht, hat man diverse Möglichkeiten, die Lupenfunktionen zu nutzen. Zum einen gibt es hier Aktivitäten, wo man einfach auf Standard tippen kann und dann dort unter dem Punkt zum Beispiel Personenerkennung eine Aktivierung durchführen kann. Das heißt, man kann den Abstand zu einer Person erkennen. Die Türerkennung kann man auch aktivieren. Dann sieht man, wo Türen sind. Hier seht ihr, dass die Türerkennung sofort meine Eingangstür erkennt und umrahmt und darunter seht ihr auch die entsprechende Entfernung zu der Tür. Auch eine Funktion, die wir in den Gerüchten hatten, die wir als Kontrollcenter missdeutet haben, ist die Standby-Funktion. Wenn das iPhone in die Horizontale gedreht wird, dann hat man die Möglichkeit, die Standby-Funktion zu aktivieren, wie hier auf meinem MagSafe-Ladegerät von Nomad. Seht ihr dann, dass man dort die Standby-Funktion sich so konfigurieren kann, wie man sie haben möchte. Sieht, finde ich, ästhetisch sehr, sehr nice aus. Man kann sich Fotos einblenden lassen, ganz in Ruhe anschauen. Man kann sich die Uhrzeit einblenden lassen in verschiedenen Varianten. Verschiedene Widgets zeigen hier die Zeit, Fotos. Und wenn man diese Funktion nachts benutzt, dann bekommt man einen sehr, sehr angenehmen Rotton, der angenehmer ist für die Augen. Für die AirPods Pro 2 gibt es auch eine neue Funktion. Adaptive Audio setzt sich zusammen aus dem Geräuschunterdrückungsmodus und dem Transparenzmodus. Hier wird intelligent erkannt, welche Geräusche gerade für dich Sinn machen. Fängst du an zu sprechen, geht man davon aus, dass du gerade mit jemandem nebenan sprichst und die Musik wird runtergedümmt, damit du denjenigen auch verstehst. Und du hast die Möglichkeit, wenn du gerade ein Telefonat führst, dass du auf den Stamm drückst, um das Gespräch zu muten, um mit jemand anderem vielleicht etwas zu besprechen. Kleine, aber feine Änderungen gibt es noch in den Notizen. Die arbeiten jetzt noch besser zusammen mit PDFs. Dann hat Freeform neue Pinsel bekommen. Und in der Home App kann man jetzt sehen, wer als letztes das Schloss aufgeschlossen oder zugeschlossen hat. Die Fitness App hat jetzt im Geteilt-Tab ein leicht geändertes Design und es gibt individuelle Trainingspläne. Finde ich auch sehr, sehr spannend. In Erinnerung wird eine Einkaufsliste in Kategorien aufgeteilt, wie Obst, Gemüse, Brot. Und AirTags lassen sich jetzt mit bis zu fünf Personen teilen. Das ist eine Funktion, glaube ich, auf die sehr, sehr viele gewartet haben. Speziell für Deutschland wurde auch noch eine neue Funktion in der Karten-App eingeführt. Man kann nur vermuten, dass sie für Deutschland ist, weil es sind Offline-Karten. Es gibt ja viele Orte in Deutschland, wo man nicht so guten Empfang hat. Da hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man eine Route plant, einen bestimmten Kartenbereich runterzuladen, sodass man dann, wenn man im Busch ist, auch noch nachschauen kann, wo man lang muss und nicht auf das Internet bzw. Mobilfunk angewiesen ist. Sehr viele neue Funktionen, die mit iOS 17 Einzug halten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in den Betas noch weitere Funktionen sehen werden, weil mit der Zeit kommen natürlich auch die Funktionen, die dann auf den neuen iPhones nur möglich sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch für das Dynamic Island noch jede Menge Updates sehen werden. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gegen den Kanal. Dann werdet ihr informiert, wenn es wieder ein neues Joker Plus Video hier auf dem Kanal gibt. Ansonsten natürlich regulär immer wieder Joker News, wo ich euch über News und Gerüchte rund um Apple informiere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.